Hallo, ich bin Mike Hosang, unterrichte hier an der Hochschule Zittau-Görlitz Kultur, Philosophie und Ästhetik und bin einer der Mitveranstalter des alljährlich im Herbst stattfindenden Bekan-La-Philosophie-Festivals der Liebe. Im letzten Jahr hatten wir einige spannende Referenten, Prof. Schönhermann, Prof. Elgert Bieners, die Tantalehrerin Adwaita Maria Bach, die Liebesforscherin Dolores Richter und zahlreiche weitere. Auch in diesem Jahr gibt es wieder spannende Gäste, den berühmten Neurobiologen Prof. Gerald Hüther, den Bestsellerautor Pater Anselm Grün, die Liebesforscherin Alexandra Schwarz-Schilling und diverse weitere, die Workshops, Diskussionen, Vorträge und Ähnliches einbringen werden. Die Sache findet statt vom 5. bis zum 9. September im Bio-Hotel Essentes in Berlin. Es gibt vier thematische Schwerpunkte, die alle letztendlich sich mit der Grundfrage beschäftigen, warum ist uns Liebe so wichtig? Liebe in Form von Beziehungen, Liebe als gesellschaftliche Kraft, aber auch Liebe als eine Art universelle Energie, die alles Leben, alles Sein durchdringt. Und das Ziel des Ganzen ist eben, den Begriff Liebe wieder mit diesem ganzen Bedeutungsgehalt zu erfüllen, weil er uns in der Moderne verloren gegangen ist. Wir kennen ihn nur noch entweder für eine romantische Beziehung oder abstrakt projiziert, Gott ist die Liebe, aber als tägliche, praktische, politische, unser Leben gestaltende, kulturelle Kraft ist sie uns verloren gegangen und der Sinn dieser Veranstaltung ist, das wiederzufinden. Das ist ein Blur von der wie die Kontrolle da die Blur von der Kulturen haben. Auf jeden Fall! Und das ist das mit uns in der Kulturen. Da ging mit den Kulturen. Vielen Dank.